hallo und herzlich willkommen zu türchen nummer 21 ein schönes silbernes wir packen es aus wenn der nicht meckern kann kommt da eh nicht mehr rein sieht nach einem herbstlichen bild aus wir machen es jetzt aber erst wieder das kennt man brauchen wir nicht weiter angucken und es sind runde steine im ziehtbeutel schon gepackt finde ich sehr sehr schön auch sehr schöne farben da haben wir hier so einen schönen gelb ton oder so warte mal ich muss mal das licht ein bisschen her holen sie ist ein bisschen trüb heute ich hole es einfach mal so jetzt sieht man es besser ein schöner gelb ton dann so ein ja so ein rot braun rost farben dann so ein grünton graue töne helle töne schlamm töne wirklich schön blaues mit dabei schön sehr schöne farben stecke ich jetzt einfach mal so rein ich weiß du hast hunger du musst jetzt aber warten so und zwar das ist das bild ich lege es mal flach wenn ich meine vorbereitung ist alles die fehlt heute ähm die ist ein bisschen flacher vielleicht sieht man es dann besser von der anderen seite noch so auf jeden fall ich nehme das ein bisschen runter dann spiegelt es nicht ganz so ist es richtig schön das bild ist wirklich toll klebekraft ist top der druck ist sehr gut zu erkennen ups ich hebe es euch mal hier hoch also der druck ist wirklich gut zu erkennen dann das forscherbild ich blende es euch aber wie gesagt ihr wisst ja ich blende es euch wieder ein da kennt man es definitiv besser aber ist das nicht süß oh mein gott ein hund mit einer sonnenblume auf dem kopf und der blick von dem hund ja mal ein welcome schild oder säule im hintergrund hier sehen wir noch blumen und hier oben himmel mit ein bisschen wolken oh mein gott ist das süß da eine kleine hunde marke ach wie niedlich das bild 30 x 40 wir messen es von der breite 24 8 und von der länge 34 9 der herbst kann kommen also ich muss ja sagen mein mann hat echt hat eine richtig schöne auswahl getroffen von allem was und da bin ich wirklich die bilder kann ich mir aufs ganze jahr einteilen weil für jede saison was dabei ist aber ich bin ja nicht so ja der saison pender das was mir ist auch wie beim lesen worauf ich lust habe lese ich oder paint ich da ist mir das egal ob jetzt weihnachten ostern oder sonst was ist das ist mir dann völlig egal ich mache worauf ich lust habe wir haben 20 farben die legende besteht aus zeichen und buchstaben und es sind auch die dmc nummern mit dabei was auch sehr schön ist was dann wieder leichter ist zum zurücksortieren und ja richtig schön die leinwand selber die glitzert und schimmert und ist auch sehr sehr angenehm sie hat eine schöne stärke sie ist nicht so dünn nicht so labberig und ist trotzdem angenehm auch nicht kratzig ja richtig süß was sagt ihr zu dem bild also ich finde es wirklich total niedlich ja das war türchen nummer 21 hier seht ihr auch wenn ihr separat aufbewahrt ich muss jetzt nochmal das habe ich jetzt gerade gesehen hier ist nochmal die bildbezeichnung die steht dann auch hier oben auf dem bild und ja ich bewahre sowieso ganz anders auf aber da braucht bräuchte man jetzt nicht separaten irgendwas drauf zu schreiben man könnte es auch so das war's von mir für heute wir sehen uns morgen zur türchen nummer 22 und schön dass ihr wieder mit dabei wart und bis dahin passt auf euch auf und weihnachten steht vor der türe macht euch nicht so viel stress und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss